Heute bewerten wir wieder Accounts. Hashtag zack bewertet, hau mir einen Kommentar rein mit Hashtag zack bewertet und wie ich den Account finden kann. Und wenn du Glück hast, wähle ich deinen Account aus und ich bewerte deinen Account. Heute schauen wir uns einen richtig geilen Account an. Ich sage es euch, Barzifal, der Account von Barzifal. Er ist Anführer von Apex Army, richtig genialer Club, richtig gute Platzierung und wir kommen direkt zum Account selbst. Er hat sage, umschreibe, alle Brawler. Er hat jeden Brawler. Senti hat er nur auf Rang 7 mit 49 Bokis, da spielt er nicht. Ems hat er auf Rang 20. Badly auf Rang 24. Cold auf Rang 23. El Primo auf Rang 22. Und sonst hat er jeden anderen Brawler auf. Minimum Rang 25. Er hat Rico auf Rang 25. Boko auf Rang 25. Daryl auf Rang 25. Frank auf Rang 25. Piper auf Rang 25. Bivi auf Rang 25. Tara auf Rang 25. Leon auf Rang 26. Daryl auf Rang 25. Nein, Daryl. Dynamike auf Rang 25. Dick auf Rang 25. Mortis auf Rang 25. Shelly auf Rang 25. Bull auf Rang 25. Brooke auf Rang 25. Spike auf Rang 25. Jessie auf Rang 25. Nita auf Rang 25. Crow auf Rang 25. Bo auf Rang 26. Penny auf Rang 25. Genie auf Rang 25. Rosa auf Rang 25. Karl auf Rang 25. 8-Bit auf Rang 25. Und BAM auf Rang 25. Richtig, richtig geil. Er hat maximal gehabt 19.096 Troffees. 6410 3x3 Siege. 805 Solo-Siege. 426 Duo-Siege. Beste Roborampelzeit 13 Minuten und 14 Sekunden. Das ist, glaube ich, ein Bug. Geile Zeit. Beste Zeit als Riesen-Brawler. 3 Minuten und 16 Sekunden. Richtig gute Zeit. Und er hat aktuell meiste Powerplay-Punkte. 639 Powerplay-Punkte. Richtig, richtig geiler Account. Also ich muss sagen, es geht noch ein bisschen besser, würde ich sagen. Aber es ist schon richtig, richtig topspitze Account. Also Rang 30 geht natürlich noch, wenn man hochpusht. Oder Rang 35, aber ja, okay, gut. Aber ich muss sagen, ein richtig, richtig geiler Account. Richtig nicer Account. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich würde diesen Account mit 1485 Euro bewerten. Yes, ihr habt richtig gehört. 1485 Euro würde ich diesen Account bewerten. Und so ist es. Geiler Account, richtig geiler Account. Und ich freue mich schon, wenn mein Account irgendwann einmal diese Werte erreichen wird. So ist es. Und willst du jetzt, bist du auf den Geschmack gekommen und willst haben, dass ich deinen Account bewerte. Hashtag zack bewertet. Rein und einen Kommentar rein. Hashtag zack bewertet. Wie ich deinen Account finde und wenn du Glück hast, wähle ich deinen Account aus und sage dir, was ich von deinem Account halte und wie ich ihn bewerte. Und in diesem Sinne, sollte sich jemand um mich reißen, sagt ihm, ich bin scheiße.